Tja, wie kriegen wir das Zeug hier weg? Das dürfte die Schwachstelle in dem Plan sein. Au. Ja, die armen Leute haben es hier nicht schön. Finden wir hier noch irgendwas? Inversion dieses Raums ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind, dann müssen sie in der Werkstatt sein. Bokka, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Das hast du schon beim letzten Mal gefragt. Und ich fürchte, auch dieses Mal haben wir keine Wahl. Ich halte das für keine sonderliche gute Idee, ständig hier sozusagen zwischen den Welten zu hüpfen. Oder sie zu manipulieren, wie man es auch sehen will. Ne, den Karabiner möchte ich hier nicht. Ich schätze, wir müssen. Also öffne das Ding. Oha, was für Veränderungen das auch wieder nach sich zieht. Tja, das hat irgendwas bewirkt. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Bokka, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Ja. Das sagt eigentlich schon alles, dieses sehr lakonische Jahr. Bokka hat da arge, arge Zweifel. Ähm, Burst Gun. Auch so eine Waffe, die nicht wirklich mein Fall ist. Ich zeig's euch mal. Sieht ein bisschen selbstgebastelt aus. Ja, ist wahrscheinlich eine Waffe von Chen Din. Man kann ein bisschen ranzoomen. Sie verzieht und macht nicht wirklich Schaden. Da bleib ich doch lieber bei meiner neuen großen Liebe, dem Revolver. Ähm, wir hören so ein bisschen Krawall im Hintergrund. Und ein paar Explosionen. Schauen wir doch mal, was da vor sich geht. Können wir hier irgendwas finden? Nö. Ich hab so das Gefühl, dass in dieser Welt die Vox ihre Waffen wirklich bekommen hat. Und hier der Aufstand schon am Togen ist. Ein Voxofon. Ach, Daisy. Hören wir doch mal rein. Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Okay. Ja, ich glaube, Daisy hat ihre Waffen und, äh... Wow. Ihr Feldzug hat gerade erst richtig begonnen. Oh Gott, so war's noch nie. Wieso ist das weg? Auch wieder durchgedrehte Soldaten. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Hm. Ja, wir haben den Beitrag ja schon unfreiwillig geleistet. Allerdings, äh... Glaube ich nicht wirklich, ob da sowas Gutes bei rauskommt. Ähm... Sind das... Das sieht mir doch sehr nach Aua aus. Ja, dann geh doch mal zur Seite. Okay, enttäuschend. Das sieht doch ein bisschen nach Seeminen aus, oder? Na gut, wenn die nicht hochgehen, äh... Wir machen mal einen Bogen drumrum. Und dann schauen wir doch mal, was da draußen los ist. Klingt ja nach einem kleinen Krieg. Ähm, hallo? Hier hat sich wirklich so einiges geändert. Wir haben scheinbar Unterstützung. Die Vox-Groppoli kämpft an unserer Seite. Äh... Das ist Elisabeth. Wir müssen mal ein bisschen drauf achten, äh... Wer hier Freund und wer Feind ist. Du bist Feind. Der ist sowieso schon tot. Äh... Ich schwimme mich mal darunter. Das sind auch alles Vox-Groppoli. Die tun uns nix. Haufe ich doch mal. Äh... Du bist kein Freund. Moment. Äh... Wir machen Keat. Verdammt. So, den haben wir. Sind hier noch welche? Das ist, äh... Elisabeth, die uns folgt. Wir wechseln mal kurz die Skyline. Da unten wird noch, äh... Ordentlich gekämpft. Äh... Du hast nix für uns. Dein Maschinengewehr wollen wir nicht. Okay, wir gehen mal runter und, äh... Schließen uns den Kampf an. So, du kommst mal her. Du hast nix. Das sind, äh... Die sind nicht nett. Schön aufpassen, wen wir hier erschießen. Äh... Das sind keine Freunde. Einmal nachladen und, äh... Na. So. Ich hoffe mal, das war, äh... War das eine... Ne, das war ein Böser. Okay. Unsere Kräfte benutzen wir hier mal besser auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sonst, ähm... Die Vox-Leute da reinrennen und dann haben wir auch wieder ein Problem. Ach ja, Daisy Fitzroy. Sie hat's scheinbar wirklich geschafft. Oh. Den jungen Herren kennen wir doch. Hier, gut aufheben. Dankeschön. Hast du wieder die Leichen beklaut? Schäm dich. Das darf doch nur ich. Sie sind Bucke DeWitt. Der Held der Vox. Verdammt, was reden die da? Sieh mal das Plakat. In dieser Welt bist du ein Held. Ich weiß noch. Ich führte die Vox. Ich... Slate und ich... ...brand in die Hall of Heroes nieder. Bucke. Deine Nase. Sie blutet. Ich kann kaum denken. Ich... ...habe zwei Erinnerungen an dieselbe Sache. Sieh, komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Und wir verschwinden von hier mit der First Lady. Los, komm. Okay, so langsam sind wir scheinbar auch von dieser, ähm... Weltenhüpferei betroffen. Dann gibt es hier wohl auch einen Bucke DeWitt. Oder wir haben seinen Platz eingenommen. Wie auch immer das ablaufen mag. Sehe ich da... Ach, ein Lockpick. Oh. Die nehmen hier wirklich alles auseinander. Ja, Gnade kennen sie auch nicht unbedingt. Kann man so oder so sehen, ob sie jetzt Gnade verdient hätten. Aber wer schon gefesselt ist, gefesselte Leute zu erschießen, ist natürlich, ähm... Auch nicht gerade fein. Vor allem, wenn man es für sich beansprucht, im Namen der höheren Moral zu handeln. Hm, hier gibt's nix für uns. Au. Aufgehängt. Ach, seht mal, ist das nicht unser Luftschiff? Bucke DeWitt startet für diesen Tag. Ihr war es, der mit einer Stimme für das Volk sprach. Es ist Zeit... Nicht auf mich richten, das Ding. ...un zu Ende zu bringen. Fink und Palle. Zu verbringen. Die wichtigste Stimme. Für das Volk. Für Bucke DeWitt. Und die wahre Stimme. Wir ziehen zu verbringen. Und wir brennen sie nicht nur nieder. Wir scheinen sie mit den Bucke DeWitt aus, um sicher zu gehen. Okay, der Bucke DeWitt aus dieser Welt ist scheinbar tot. Und war ein Held der Vox. Ja, die feiern hier ihren Sieg. Können wir jetzt eigentlich gefahrlos hier Sachen plündern oder... Ja, die posieren hier mit dem toten Handyman, der ein Voxofon dabei hat. Samuel, wenn die... Wenn die Wut durchbricht, möchte ich, dass du diese Aufnahme abspielst und daran denkst, dass ich unendlich stolz darauf bin, deine Ehefrau gewesen zu sein. Sie sagten, deine Seele wurde von den Dämpfen in dieser Metallbox erstickt. Aber das glaube ich nicht. Und wir treffen uns wieder, am Ufer der Ewigkeit, beide unversehrt und lächelnd. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Die gute Frau haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem Voxofon gehört. Das war die, deren Mann zu einem Handyman wurde. Ja, der arme Kerl. Die Gründer glauben, wir sind nicht besser als Sie. Wer denkt das? Wer denkt, dass einer euch, eure Kinder, als Nutz sie ansieht? Nicht als denkende Wesen. Nicht als Menschen mit Träumen und Zielen. Nicht als jemanden, der will, dass seine Kinder etwas besser haben als er. Für die Gründer seid ihr etwas, das kontrolliert werden muss. Wann ihr esst, wann ihr schlaft, wann ihr steht und wann ihr sitzt. Ihr sollt sagen, ja, Sir, nein, Sir. Darf ich zur Toilette gehen, Sir? Für Sie seid ihr keine Menschen, sondern ihr seid Werkzeuge. Okay, ich habe verzweifelt das Radio gesucht und es nicht gefunden. Wir dürfen hier immer noch nichts klauen. Ach, schaut an, ein Voxofon von uns selbst. Ich kann hier dieses Radio nicht entdecken, sonst hätte ich es mal abgeschaltet. Wir gehen mal in den Nebenraum und hören uns das Voxofon an. So. Wir gehen uns die Kleine und tügen sie die Schuld. Eigentlich kein übler Plan. Nur das Mädchen war nicht mehr da. Monument Island ist eine verdammte Geisterstadt. Anscheinend hat man sie fortgebracht, als man von meiner Ankunft erfuhr. Ein alter Freund sagte mir, komm, Stock hat sie in seine Festung verlegt. Deinen Einzelkämpfer ist der Job, damit kaum mitzustimmen. Ach, schau an, in dieser Welt hat unser Booker scheinbar Elisabeth nicht mehr gefunden und hat sich dann wohl notgedrungen Slate angeschlossen, der wohl diesmal keinen Todeswunsch hatte. Ach, schaut mal, der Kleine sitzt immer noch. Okay, hier haben wir ausgeräubert was gegen, da können wir auch nichts mehr tun. Ich schätze mal, die Automaten sollten wir immer noch besser nicht hacken. Das würde wohl nicht gut ankommen. Aber wir können mal schauen, ob neue Sachen verkauft werden. Nee, immer noch nicht. Immer doch, danke. Unser Upgrade-Automat hier, der hat immer noch nichts. Schade. Schade, schade. Ja, dann lassen wir die Leute mal hier schön weiter feiern. Sehe ich da irgendwas blinken? Nee. Den Handyman können wir auch nicht looten. Aber ich erinnere mich, dass da oben eine Infusion stand. Können wir die uns jetzt nehmen oder droht dann wieder... Hm, ich versuch's einfach mal. Was nehmen wir denn? Ach komm, ich nehme nochmal Schild und dann haben wir ihn fast voll. Die Geldbörse klau ich mal nicht. Ich möchte mich jetzt hier nicht noch mit den Vox Populi prügeln. Gut, dann haben wir die Sache überstanden. Wären wir da vorhin rangegangen, hätte es Ärger gegeben. Ja, dann ist wohl die Revolution nach Shantytown gekommen. Ob das alles so gut war, was wir hier getrieben haben. Ich denke, wir fahren mal wieder hoch. Ja. Knöpfchen drücken. In dieser Welt warst du ein Märtyrer. Diese Leute brauchen bessere Helden. Genau betrachtet unterscheiden sich Comstock und Daisy Fitzroy letzten Endes nur durch ihren Namen. Naja, da spricht er was Wahres aus. Ich fürchte mal, Daisy Fitzroy schlägt genauso ins Extreme wie Comstock. Vor allem, warum sollte sie sich eigentlich noch an unsere Abmachung halten? In dieser Welt hatten wir keine Abmachung und ihr? Unser Bucke hat was ganz anderes getrieben. Wer sieht uns? Wer schneidet uns? Du gehörst zu uns. Hier ist auch niemand. Okay, ja, wir müssen wirklich drauf achten, auf wen wir hier schießen. Hier, den Waffenautomat. Den lassen wir mal öffnen von Elizabeth. Ach, schaut mal an. Wir können uns die Kraft entdeckten. Ladung. Sieht recht stürmisch aus. Und was kann es? Ah ja, wir können also mit rechter Maustaste auf einen Gegner zustürmen und ihm ordentlichen Schwung versetzen. Auch eher so eine Nahkämpferfähigkeit, aber wir können es ja mal testen. Zum Beispiel bei dem da. Zack. Ja, den können wir auch direkt mal exekutieren. Allerdings gefällt mir das Ding nicht wirklich. Wah, und wir sind gleich tot. Dankeschön. Das war wirklich dringend nötig. Sag mal, äh... So, und du darfst auch. Nein! Verdammt! Verdammt sei diese Kraft! Okay. Komm mal her. Wieder was Vernünftiges nehmen, wie unsere Krähen. Wo ist der Typ hin? Das Einschussloch, wo ich ihn so gekonnt verfehlt habe, ist noch da. Aber der Typ nicht mehr. Na gut. Wir finden schon neue. Unsere Revolver-Munie geht auch so ein bisschen zur Neige. Wow, ein Scharfschütze! Haben wir den? Nein, wir haben ihn nicht. Jetzt haben wir ihn, glaube ich. So, einmal nachladen. War es das jetzt? Oder macht hier noch jemand Ärger? Wir hatten lange keinen Besuch mehr von einer Krähe oder von einem Fireman. Ich hänge mich da mal kurz an den Haken, wenn ich ihn denn ins Ziel bekäme. Ja, bekomme ich. Äh, da ist jemand. Na. Und, äh, oh oh, das ist so einer. Den möchte ich gerne beherrschen. Hier, du darfst mal einen Raketenwerfer-Fuzzi. Okay, der ist wohl der Letzte gewesen. Äh, bevor der sich hochjagt, verschwind dich mal hier. Oder auch nicht, denn er hat ja Nachschub für uns. Genau. Revolver-Munie wäre mir allerdings fast lieber. Können wir hier runter? Ja. Da stehen noch ein paar Salze. Finden wir irgendwo ein bisschen Revolver-Munie? Das wäre nicht verkehrt. Ja, der ja große Kampf ist scheinbar hier schon vorbei. Äh, Moment. Salze. Salze voll. Blut. Können wir jetzt inzwischen mal hier irgendwo... Okay, langsam wird's lächerlich. Aber wir können... Da ich da eh ne volle Flasche Salze noch stehen hab, können wir mal ein bisschen hacken. So, du kommst mit. Okay, dann, äh... Das haben wir geplündert. Und ansonsten... Ja. War's das auch schon. Dann, äh, gehen wir mal wieder hier durch. Oder auch nicht. Denn gerade wurde gespeichert. Ich würde sagen, das ist doch mal ein schöner Zeitpunkt, mal wieder ein Päuschen zu machen. Wir schauen dann mal beim nächsten Mal, wie der Sturm hier auf die Fink-Fabrik weitergeht. Und ob sich Daisy Fitzroy an die Abmachung hält, die er eigentlich nie wirklich bestanden hat in dieser Welt. Aber irgendwie wird's schon, äh, gehen. Ja, Elisabeth macht sich noch Hoffnung, dass das Ganze so zu einem besseren Ende führt. Äh, ich hab da leise Zweifel. Mir geht's da wie Bucke. Ich lade nochmal nach. So, sechs Schüsschen. Die reichen bestimmt nicht weit, aber da sorgen wir uns in Zukunft mal drum. Beim nächsten Mal. Insofern bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und, äh, dann sehen wir uns, äh, wenn wir uns sehen. Bis denn dann. Tschö, tschö. Tschö, tschö.